Hallo natürlich und natürlich und Leute, war doch voll auf... Javi Terroristat mit den alten Leuten M-MckFly, Jigo, Nifias, Good Gaming AP, Gorobai, Dalucat Äh, ich... OH FUCK! Und Crabs und Crancy... Und Yggt wer ist gestorben? Oh nein... Den Engelsten hast du zuletzt genannt ey Oh nein! Ich bin nicht Detektivs! Aber warum hab ich das getan? Gerade vor der Aufnahme hat er übrigens noch gesagt. Heute hab ich nur schlechte Runde. Oh... Ich hab mich so verjagt. Oh fuck, du bist tot Nefi, hast du das nicht gesagt. Grants, warum hast du ihn gekillt? Weiß ich auch nicht. Wer ist es? Das will er nicht machen. Feuer auf Grants! Natürlich wird er was machen lassen, ob der mich schon runtergeschubst hat. Ja, Anne ist es auch. Ich hab mich irgendwie so erschrocken. Grants hat grad wegen gekillt. Es freut sich im Abschuss, Leute. Na, dann ist es da. Dann hätte ich schon geschossen ohne was versagen. Und hätte erst geredet, wenn du tot wärst. Ah, Mann. Nein! Nein! Wobei was macht! Shigo, Shigo! Shigo, guck mal nach oben. Nein, nein, nein. Grants? Bist du tot, Grants? Grants ist tot. Anne, 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 Anne. Aber es wird mich gewusst. Wo ist sie denn? Anne und Grants? Ein Grants ist es nicht. Sie ist tot. Und Anne? Is es. Oh, da hat gerade Krebs geflüstert, dass sie eh tot ist. Au! Nicht mal! Wer schießt da im Hors! Wer schießt denn auf die Shigo? Im Hors! Knallt die doch mal ab, die Olle da! Ja, du siehst! Nein! Oh, da ist Anne explodiert. Oh, da liegt wer! Anne! Anne hart! Oh, wie unerwartet. Oh! Oh, ich wusste nicht, ich wusste nicht, was die dumme ist. Wunderlich. Hatte aber einer das Ende gespoilert. Wie bei Fargo. Ich hab den Anfang nicht gezockt. So, warte mal. Wo ist denn hier? Hier ist der arme, 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 arme Grants. Die arme. Hey! Maxi? Ey, 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 ey! Ey, 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 ey. Eiß doch alles... Das ist doch verrückt! Das ist doch verrückt! Oh, Jones! Hörst du? Ich bin durch einen Teleporter gegangen. Ja, ja, ja. Wo ist das... Der ist eine riesige Maschine da. Ja. Du, kas... Sehr gut. Wer ist da runtergefahren. Also, wenn man nicht weiß, wie ein Teleporter mit dem, Ich hab damit auch nichts zu tun, dass ich über den Traitor falle, der hat sich einfach selbst umgebracht. So, wer ist jetzt noch da? Zehn mal bitte schnell die Punkte auf, ganz wichtig. Was für Punkte? Wie viele Leute leben noch? Warte. Ich hab Kapuze getötet. Ich hab Kapuze getötet. Eins, zwei, drei. Drei. Ja, Maxi und Good Gaming können sich duellieren. Ja, dann ist es Maxi. Maxi ist tot und dann bist du es. Dankeschön. Gebe ich mein Wort drauf. Du darfst auf ihn schießen. Du darfst auf ihn schießen. Dein Schrader-Wort, ne? Ah, ist oben, ist oben. Das bin ich. Maxi ist tot. Wir haben es eine Leiche schon gefunden, nur nicht confirmed. Ich weiß, dass du es bist. Dann bist du es. Das ist Quatsch. Nee, oder das ist Shigo. Ja, als Detective. Ich bin die Drücke im Arsch. Ach so. Okay, ich hab McFly's Leiche noch nicht gefunden, McFly ist es, du hast recht. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst und ich blöf. Ja, aber da bist du. Du hast ihn verbrannt. Nein, nein, nein. Du hast Darlukat getötet. Ich hab Darlukat getötet. Darlukat getötet. Du Schwein. Shigo, wie viele Punkte jetzt noch? Der war noch frei. Ach so, letzter Tick. Warte. Und wo ist der? 15 Sekunden. Du weißt, dass meine Antwort da hinten sein wird. Dort hinten. Dort, siehst du ihn nicht? Dort. Ja, am wenigsten unten da oben reicht er schon. Nils, wo bist du grad? Ich bin auf dem Müllhaus und ich, ach ne, ich seh nur Shigo. Jetzt. Auf dem Müllhaus bin ich ganz oben. Ja, ja, ja. Und wo ist der letzte Punkt? Links in der Scheune. Also da, wo der Dachboden ist. Hauptgebäude? Im Hauptgebäude? Ne, im kleinen Nebengebäude, wo der Dachboden ist. Wo andere gekillt worden ist? Wo andere gekillt worden ist. Okay. Ich behalte... Ja, nein, dass es da oben ist. Du hast Angst. Pass auf, ich hab ne Idee. Ich hab jetzt unten raus raus. Ich hab mir selbst weh getan. Jetzt denk ich. Hi. Ja, er ist unten in der Waschbrüche. Wie macht das Runde? Blatt nach. Dann kommt der so schlecht runter. Kannst du ihn bitte töten? Oh Mann, ey. Kapuze, was machst du denn? Ist die alle mal annehmen. Was ist eine erste Runde, ey? Ich bin so froh, dass ich nicht Traitor war. Das Karma, ey. Du war Grenz, ey. Ich renne um die Ecke, hab mich so erschrocken, dass ich schieße und mit einem Schuss bist du tot. Kapuze, der Teleporter bringt dich aufs Dach. Du darfst nur nicht nach links gehen, weil da ist direkt Ecke. Du bist da durchgegangen. Du spawst auf einer ganz kleinen Plattform. Ja, genau. Ach so. Ich hab damit nicht getroffen. Nein, nein, eh nicht. Keine Ahnung, was sowas war. Weil du noch gerufen hast, du Haarsch. Grenz, ich bin wieder unten im Keller, ne? Ja, ich geh da gar nicht lang. Bob, ich mich erschrocken. Und ich war sogar Traitor. Ich ja auch, deswegen hab ich geschossen. Ey, das hat gerade ordentliches Grün geblickt. Und ich krieg direkt einen Kopfschuss, ey. Boah. Dalu, ich hab nicht mal einen Kippen, warum wusstest du das? Hä, ich hab noch nichts gesagt. Nachdem du confirmed wurdest, hast du gesagt? Ja, nachdem du confirmed wurdest, hab ich dich getötet. Naja, nachdem du confirmed wurdest, hab ich einfach mich damit gerühmt. So, keinen getötet. Dich umgebracht zu haben. So, ist ja noch keiner wen erschossen, oder? Ne, 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 ich hab auch noch keiner erschossen. Noch nicht, bitte. Ne, ne, ich warte hier auf Nefi. Grenz und Dalu sind's, Grenz und Dalu. Bist du soweit, ja? Sehr smart. Du bist soweit. Aber du lebst noch. Lebst du noch? Wollen wir anfangen? Dann töte ich jetzt Nils. Ja, ja, jetzt können wir anfangen. Oh, Nils hat einen Sniper. Das wollen wir doch mal sehen. Ah, ihm wird geholfen. Oh nein. Oh, tut mir leid. Ah. Die Hande! Kleid die Hande ab! Anna hat sich selbst gekauft. Oh, nein, Anna. Oh Gott. Hilfe, der Bulldozer. Ich hab keine Mund, der ist unfair. Hu 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 hu. Ich bin Silenced. Crixi. Sind jetzt alles schon tot, ey? Na, na na na. Wieso bist du von der Leiche weggen? Dann kann ich ihn wiederbeleben. Na gut. Ich hab' Auch Hilfe. Ich hab vielleicht keine Muni mehr, Anne. Tja, das ist dein Problem. Ah! Das ist dann dein Problem, dass Krabs nicht angreift. Krabs, du bist gut, oder? Nein, Krabs ist unser dritter Mann. Ja, bin ich. Ich hab gerade zwei Traitor umgebracht. Anne, Dalu und Grenz. Ich weiß aber nicht, wie lange ich noch lebe. Wer lebt noch? Wer lebt noch, Krabs? Ich lebe noch. Grenz, Grenz, die haben es doch angesagt. Ich bin es nicht. Grenz und Dalu haben es angesagt. Grenz ist der letzte Traitor. Nein. Jetzt hab ich Krabs gerade angeschossen, weil er eine Zaube in der Hand hatte. Sag doch was! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Pass auf, ich lebe auch noch. Bitte nicht einfach raufschießen. Außer er ist... Ich hab ihn gehört. Hier ist Krabs. Ich bin irgendwo oben. Ich bin nicht oben. Ich bin gerade im Fahrstuhl runter. Stop. McFly, bist du gerade im Keller? Nee. Dann ist Grenz da in den Keller rein. Oder Krabs bist du im Keller? Nee, Krabs ist gerade in den Keller gegangen. Okay. Du hast schön gesagt, das ruhig an. Ja, tut mir leid. Grenz ist oben. Ganz oben bin ich. Ganz oben bin ich. Ich hab irgendwo Wasser gehört. Oder war das einer von euch? Wasser? Nein. Wenn du bin ich von oben runter, wirst du Wasser, dann ist kein Schaden. Wasser, das ist Grenz. Dann war das, dann war das Grenz. Ja, ist dann... Ich hab Shigo gerade confirmed, Leute. Nehme auf. Da, äh, Grenz? Ja. Äh, äh, nicht Grenz. Nicht Grenz. Ich will ja gar nicht... Kapuze. Da hinten läuft er, ich seh'n. Ich seh'n, weil er das Error-Zeichen... Irgendwie hast du gestorben? Oh, fuck. Neh, das ist Nephi. Nephi wird bei dir so... Wie viel hättest du denn aus, Krabs? Fangen sich alle selber um hier. So, Leute. Macht keinen Scheiß. Der ist aus. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt hin, du... Schlaf, wie denn da ist er? Wo ist er, wo ist er? Ach, du kannst da durchgucken. Sag wo, Greg. In der Mitte, in der mittelsten Etage hier. Oh, das ist McFlatel. Ja, fast. Ja, äh, Grenz, hast du noch... Na, sauer. Wo war, wo war... Ich war grad... Hängt der Spider-Hook jetzt bei jedem dran, den ich spektate? Ja. Geil, damit hab ich Grenz gerade voll verraten. Aber den sehen die anderen nicht. Ne, den siehst du noch so, okay. Ich dachte schon. Wer hat eigentlich die ganze Zeit auf Inos geschossen? Du warst also Nephi. Auf Grabs hab ich einmal geschossen. Da hab ich wohl die ganze Zeit irgendwie angeschossen. Ja, einmal hab ich auf Grabs geschossen, weil er die Taube in der Hand hat. Und dann dachte ich, oh fuck. Ja, heute brauche ich gar nicht mit spielen. Der Taube direkt vor mir. Hätte sie geworfen, wär sie auch gestorben. Ja. Das ist nie so leid mit der Taube. Ein bisschen mehr Skill zeigen, ja. Gobobite lagt ja immer rum, ey. Ich lach immer rum? Ja, du wärst ja schon nach dem ersten Schuss eigentlich umgefallen. Eigentlich? Ich musste ja nochmal nachtreten. Hallo, Arne. Arne. Du wirst sowieso gestorben, weil ich hatte gewissen. Arne. Ich wollte mich genau in der Sekunde heilen. Arne. Wo bist du denn? Hier, hinter dir gewesen. Saves, die Fibrillatur. Da war ein Adidas-Matte. Ja, jetzt ist dir den Rad gehalten. Ganz schön pervers. Arne. Ob ich das mit einer Fake-Leiche, die ich wiederbelebe, umgehen könnte? Guck mal, steht so ein Bot rum. Guck mal, geb ich den den Gogen. Gogen. Echt. Kapuze. Ich hab der Kaktus gehalten. Hallo, Dallu. Hallo, Dallu. Wird die dann von dem Bot gesteuert? Nein. Du teleportierst dich dann zu der Fake-Leiche und hast wieder 100 AP. Das ist schön. So kannst du dich... Schöner Kaktus. Was haben wir noch wieder aus? Kann ich den hierhin stellen? Mein kleiner Kaktus. Kann ich den hierhin machen? Kannst du machen? Nein, ich bin tot. Aber viels ist auch nicht mehr aus. Da ist einer gestorben da hinten. Hier, Kaktus. Da würde ich nicht drüber fahren. Ich hab doch gesehen wie du ihn erschwerst. Ich hab's doch gesehen wie du ihn erschwerst. Ich hab's ja gar nicht wahr. Das ist ja gar nicht wahr. Hat einer wieder Portale auf? Das wäre hier ein Geheimgang, weil hier Dings fehlt. Weil hier Licht unten ist. Ja, hier ist eine Tür. Achso. Gut Gaming. Wolltest du mich abschießen? Ach hier. Runterschubsen, ich glaub gut Gaming ist straight. Dann geh ich an dir vorbei, weil ich will nach oben. Den hab ich noch nie gesehen, den Geheimgang. Ist Krabs tot? Ich Ligo. Guten Tag. Achso, du bist weggegangen? Mein kleiner Kaktus. Oh, Plasma, von wo? Ja, Dalu hat die von oben random runtergebrochen. Ja, die liegt aber rechts am Rand der Map, ey. Wow. Kapuze ist doch Traitor, der hat einfach das Fass abgeschossen, ey. Klar, damit keiner auf das Fass schießt. Ja, Goro läuft fast dran vorbei, oder was? Ach Goro? Nee. Ich bin fast rausgegangen, Kapuze. Du warst doch nicht bei dieser Nähe. Das ist doch... Hast du... Was? Goro und Nephi, Leute. Goro und Nephi sind. Frei zum Abschuss. Glaub ich auch. Komm Nephi, wir machen Kapuze kalt. Ja, ich nah. Und Goro ist happy. Komm, wir machen Kapuze kalt. Jetzt hat glaub ich grad... Ja, du warst ja nicht in der Nähe Kapuze, ich kann auch Fässer abschießen. Das könnte er haben! Woh! Sorg, Kapuze jetzt ist Schluss. Kapuze ist Traitor, oder? Ja, Kapuze ist bestimmt Traitor. Haha! Wer ist da runtergefallen? Da ist einer runtergefallen! Nils! Ich hab Nils getötet! Wenn der Traitor war, war man nicht zufrieden. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. War er Traitor? Ich hab die Silent Sniper durch Nils. Wow! Ist einer gestorben? Goro ist bei mir! Goro ist bei mir! Goro ist bei mir! Hat einer oben aus dem Haus geschossen. Gero ist direkt vor meinem Auge explodiert. Ja, es ist Goro! Weißt du Kapuze, weißt du, dich müsste ich eigentlich als erstes töten jetzt. Es ist Goro! Es ist Goro! Aber ich find seine Leiche nicht! Oh da! Gero ist da! Ach du Goro ist hinter mir! Wow! Das war nicht ich! Was hast du gegen mich Kapuze? Wollen wir Freunde sein? Max, bleib doch da, es ist Goro! Ich werde jetzt in jedem Moment sterben und dann wirst du sehen, dass es Goro war. Dann schieß ihn doch! Wow! Hallo! Ne, weg! Ich würde ihm am liebsten einfach so hauen. Was verfolgst du mich denn noch? Du verfolgst mich! Geh du weg! Da, nur auf ihn schießt du! Siehst du doch, das ist doch runtergefallen. Wow! Das ist weg! Ja, das ist direkt auf mich raufgefallen! Das war der Plan! Fast auf McFly drauf, ey! Fast! Ist auf mich raufgefallen! Hab Leben verloren! Hier kriegst du noch einen! Shigo? Ja! Kapuze lebst du noch? Ja, ich leb noch! Scheiße! Das Ding wackelt nur! Da oben! Da oben! Da! Hey! Oh mein Gott! Goro ist das Goro! 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 McFly ist gestorben durch den... Ha! Oh nein! McFly war ein guter! Ich hab den Grapple-Hook von Goro! Äh, von McFly! Ich will nicht hier oben hin! Lass mich doch wieder runter! Ja, Kapuze? Dalu oder Krabs? Nein! Dann Dalu! Also ich muss sagen, Krabs ist es eher nicht, weil er nicht krabst! Er steht hier offen rum, ist nicht in keiner Ecke versteckt und stilpert irgendwo rum, sondern er ist offen da! Doch ich wurde übrigens diese Heldgeblasche voll geschossen! Ja, dann ist es Dalu! Ne, Dalu ist doch tot, oder? Ja, ich glaube auch, dass er tot ist! Er hat's doch voll erwischt, oder nicht? Ja, ich glaube auch! Das heißt, äh, wenn Nephias noch lebt, Lephias oder wirklich Krabsen, wenn er keinen Bock auch zum Krabsen... Ich habe gerade mit auf den Traitor geschossen! Auf Goro habe ich mit geschossen! Mir könntest du vertrauen! Geh weg! Nein! Vertraue mir, lass mich wenigstens hier! Hier ist sicher! Lass mich hier! Bitte! Achtung, da drüben! Lephias! Lephias! Ich bin ein guten Mann! Ich habe auf Traitor geschossen! Das weiß keiner so, genau! Entweder Nephias oder Krabs! Ja, ne? Nephias! Dann ist es Krabs! Okay, warte mal! Dann mach ein Duell! Dann mach ein Duell! Wo ist er denn? Dann stehen Kapuze! Ja, keine Ahnung! Ja! Okay! Ja, ne! Du tötest dich selber! Hör auf! Du tötest dich doch selber! Stop it! Der Snipert hier wieder irgendwo! Dann ist es doch der Krabsen! Schade! Schau mal! Hat jemand was zum Sniper? Dabei? Ne leider nicht! Krabsi! Wo bist du? Geh mal vor Kapuze! Geh mal vor Kapuze! Geh mal vor! Ich hätte gerne den Scout oder? Da ist er! Ah! Was war das? Ne! Ah! Shigo! Die Shigo hat weggeballt! Er hat ne Arve! Er hat ne Arve! Oh Gott! Ja! Au! Brech mir die Beine! Wo ist er denn Kapuze? Ich hab keine Ahnung! Links kam das! Also ich kann... Ich weiß wo ist! Da drehen! Ich weiß auch wo ist! Da drehen ist er! Da drehen ist er! Komm wir reichen aus! Er springt! Er ist unten 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 unten! Rechts unten rechts! Wo rechts? Da! Ah! In deinem Haus? Jetzt ist er in der Mitte irgendwo! Au! Das ist was du! Traps! Du Verräter! Stell dich wie ein Mann! Ja komm her! Ach da ist er! In der Mitte! In der Mitte! In der Mitte ist er! No! Man fällt aber auch jedes mal runter wenn man Traitor ist! Deswegen hab ich mir sofort 4 Spiel Flopper gekauft! Ja! Nur dass du dann enttarnt bist wenn du damit landest! Mit meinem Glück würde ich dann voll aufs Traitor landen! Ja aber lieber enttarnt als sofort tot! Ja das stimmt! Dann bist du auch enttarnt! Ich fand es auch gut dass ich nicht durch das Fass gestorben bin! Weil das war direkt vor mir Grants als ich drauf geschossen habe! Hey! Hoppa das! Ja du warst! Ja du warst! Schon frech sowas! Ich dachte da du wär das nämlich gewesen! Nee nee bin ich auch nicht! Weil du ja wegen dem Flopper Explosionssinn... Achso stimmt! Genau! Ha geil! Du musst den Flopper Kaufen so ein Fass rumtragen und irgendeinem hinterher rennen! Deswegen explodiert... sagst du immer ähm... Oh ich hab's überlebt so als Zufall! Nee nee du überlebst deswegen! Wenn du den Fass trägst kriegst du ne 90 Schafs! Oh Goro! Hier kommen wir so schnell nicht mehr raus! Goro! Magnetostick! Das ist ja scheiße! Ja dann wird er auf uns sterben! Ja besser einer steht von uns! Kauft dir schon mal ein Defi! Ey nicht! Ich hab grad nicht kauft! Wenn ich tot bin dann ist's Goro! Ja wenn ich tot bin dann ist's Goro! Ja wenn ich tot bin jetzt! Lieg denn da so rum ey! Jetzt mach doch mit dem Magnetostick mit! Mach doch mit dem Magnetostick mit! Mach doch mit dem Magnetostick mit! Machen wir doch! Du, du Magnet, du Magnet! Wo ist das denn passiert? Nein, gut, Kenny! Nicht durch den Teleporter gehen, bitte! Ja, durch welchen denn? Warte, ich geh schnell durch den Teleport! Nein! Kein Problem, weil ich teleportiere nicht aus. Ich seh euch! Haha! Und Nils wird sterben, wenn er da gleich runden frei ist. Weil Nils schwebt hier schon. Du hast doch schon gesagt, ja. Ich nehm euch gleich alle mit. Nein! Ey, da oben ist noch wer. Ich drück ihn weg, ich drück ihn weg! Er bewegt sich! Hol dir den PHD! Hol dir schnell den PHD! Ich bin frei! Wow! Ich hab sie befreit! Vogelfrei! Seid ihr hier an dem Dingens gewesen mit Gaming? Der hier? Der Teleport? Krabs ist da oben! Ja, Krabs ist da oben! Ja, genau so, wie alle anderen hier oben sind! Krabs ist da oben, er ist es! Genau, ich hab gesnipert mit einer Pumpgun! Mit einer Pumpgun, das war in der letzten Runde! Äh... Krabs hat ne Pumpgun! Pumpgun! Bleib lieber am Geländer stehen, ist mir sicherer! Irgendwer liegt da unten und wer war hier vorhin? Ich bin von oben mit dem Dingens gekommen! Wer war hier vorhin noch? Doch! Der ist gerade hier hingelangen! Und jetzt nicht! Hier unten auf jeden Fall ne Leiche! Ich schieße in den Schrank runter! Ok, der bewegt sich nicht! Warte, ich guck nach wer es ist! Und das ist... Und du bist ja eine Gude, das hab ich sofort gemerkt! War ja klar, dass der Nathia schon wieder tot ist! Oh Gott, die Leidern sind creepy! Ja! Der kann ja auch nix! Du bist bis jetzt nur ein Nathia! Ich glaub, hier wird schon wieder gesnipert! Ich hab nix, gell? Los, Blatt! Ich bin Detective! Ja! Deine Aussagen sind sehr Traitor-mäßig! Als Detective! Als Detective! Alle hatten die Taube! Hilfe! Echt? Aber was hast du denn da grad? Ich bin Confirmed Inno! Und spring dabei! Was hattest du da grad in der Hand? Meine Sniper! Das hast du vor einigen Runden auch bei mir gemacht! Nö, eigentlich hab ich's gesehen! Ja und du warst Traitor! Händler war er! Händler! Ich bin gut! Ah, der ist tot! Hinter dir! Du hast dich aufgemacht! Nein! Was bist'n du für ein Detective? Ja dann von wem! Was bist'n du für den? Ich hab's fallen hören! Ich hab's auch klatschen! Silent Sniper, glaub ich! Nein, ich bin auch tot! Ich lauf hier unten rum! MacFly! Was denn? Hast du schon einen toten Detective gefunden zufällig? In Sicherheit, Kapuze! Ich bin da vorne und vorne mit geschossen! Hab ihn! Nein! Was machst du denn? Nein! Nicht schießen, Kapuze! Nicht schießen! Das ist die Silent Sniper! Du hast grad auf Grant geschossen, Idiot! Nein, er hat doch einen Traitor gekillt! Oh Mann! Uns wird immer noch Silent Sniper! Leute! Ich hab ihn doch getötet! Dalu! Dalu! Sag das erst! So gut! Oben links! Oben links! Oben links! Oben links! Bist du mein Schu... Ahaha! Ahaha! Seid! Äh, war's wirklich! Damit bin ich safe! Kapuze! Ich hab hier einen getötet und Dalu hätt's ankündigen müssen mit mir! Kannst du mich heilen? Ja klar, ich werd mich heilen! Hast du ein Radar? Ja! Da hinten ist noch... Wie viele Leute leben noch? Zwei! Wie zwei? Dann ist da noch der Traitor! Da hinten! Ja, Chigo ist es! Da! Taube! Ah! Ey, ich wurde komplett random gekillt! Ich hab nichts gemacht, Idiot! Nichts gar nicht! Wir waren nur noch eins... Ja, aber Kapuze hat ja wegen... weil ich ne Taube geworfen habe! Ach so, okay! Ja, hast du! Hab ich nicht! Obwohl... Ja, Grant, es waren noch nicht alle confirmed! Wieso kannst du denn sagen, dass... Ich hab nicht mal auf dich geschossen! Aber es flog nicht! Grant, warum hast du mich abgeschossen einfach? Ich hab dich abgeschossen, weil du den Grapple Hook in der Hand legst! Da war nix rum! Ich hab... Hä? Hatte ich gar nicht! Das war ne... Das war ne... Famas? Du hattest irgendein... Du hattest irgendein Detective Item in der Hand! Was? Sorry, David! Ich hab jedenfalls mir getrunken, ey! Und auf wen soll die Zaube geflogen werden?